folge nummer 26 schön dass ihr wieder dabei seid und ja der thomas stehler hat mir geschrieben dass ich wieder mal alles falsch gemacht habe wir gehen mal ganz schnell hier rein und gucken mal gerade wir haben ja laser aufgebaut und wir haben natürlich auch andere gerätschaften hier jetzt weiß ich natürlich nicht kann ich irgendwo sehen welcher welcher ist geschützturm ist klar also wenn ich drauf geht dann sehe ich doppelpoint defense titan r bergbau laser ist richtig titan r bergbau geschützturm bergbau er ist richtig doppelborder geschützturm ist richtig und hier maschinenschützer an diesem aber alles richtig gemacht der hat nur er leser allerdings was hier jetzt definitiv dann ins gewicht fällt ist das der frachtraum benötigt für die sachen die wir abbauen ja dafür müssen wir noch das tun dann denke ich mal also hier mal schicke platte drunter schon wir werden den jetzt wahrscheinlich dann mal hier noch im frachtbaum spendieren müssen denn den braucht er noch und das können wir mal titan frachtraum mit dem machen und zwar groß denke ich mal ich würde jetzt hier ein noch größer glaube oder so ist schon passend höher kann er ruhig auch und breiter kann auf jeden fall so was kostet der spaß 3.800 können wir also machen 17 x 2 x 9 nötige mechaniker brauchen wir zwei dazu reichenleistung wo steht denn jetzt der frachtraum feuerkraft da 736,4 dazu kommen wir neu also da steht 2000 ok also ich denke mal wir haben da 129 und wenn wir das machen dann soll das erstmal reichen glaube so ist mittig oder so lassen wir den erstmal jetzt brauchen wir mechaniker b da holen wir jetzt wieder her r bergbeauftragter ist der mission aktualisiert ich habe gehört dass du jetzt im besitz von air mining lasern bist der neue air mining laser sind fast scheiß weil sie den und der erz aus dem astroiden brechen und das raffinierte dann von stationen übernommen wird das ist viel effizienter als das raffinieren direkt vor dem land lasern machen zu lassen ich zähle dir noch doch einen neuen mining laser und folge dann den anleitung die ich dir geschickt habe ich mir vorstellen dir ein paar von meinen eigenen zu überlassen die anleitung die ich dir geschickt habe ja wo ist die anleitung denn ok jetzt muss ich erstmal meiner haben mechaniker nicht meiner die station ist nicht ganz weit und das ding fliegt natürlich super schwierig ok docking port voraus und andocken und andocken und andocken gedockt f co erneuern weiß nicht genau aber ich glaube es war nur einer der da gebraucht wird kann er sein p wir müssen erst das weg machen dann wir wieder hinkommen so passt es ok das lassen wir dann alles so erst kapitän hat da und der offizier hat da und 16 crew member haben wir das passt dann und jetzt kommen wir hier ressourcen rohstoffe erz raffinieren haben wir aber hier noch nicht drin dann ok das bedeutet da können wir jetzt weg ok wie sieht es hier im sektor aus hier gibt es erze dann steigen wir da erstmal aus oder kannst keine ob wir das schiff zu betreten ok das wollte ich auch nicht wollte einfach nur raus so und dann können wir ihm hier befehl geben befehle erstmal abbauen mach mach da mach da wahrscheinlich nicht weil wir zu nahe sind kann das sein befehle abbauen hier gibt es kein austroiden ok alles klar aber karte und alter discover die mal daheim ok jetzt dreht er oh alter habe ich mich jetzt erschrocken respekt so lassen da erstmal abbauen jetzt war es hier noch glaube 430 152 nee dann war es da nicht irgendwas mit nee da war es auch nicht 102 finden sie irgendwas mit 131 war das da auch nicht wo ist denn das ist das da ah hier dieser findet keine klamotten mehr so aber der ist wahrscheinlich auch der den wir nochmal so jetzt muss ich da nochmal dahin wechseln und dann müssen wir den nochmal korrigieren weil der war derjenige den wir die r laser gegeben hatten wo der thomas sagte dass wir da was falsch gemacht haben ne so und der brauche auch noch raum ne so der kann auf jeden fall hier nichts mehr finden bauen dann haben wir ganz viele schöne sachen drauf gebaut aber die sind nicht richtig der ist richtig so der kann weg der kann weg der kann weg der bleibt der bleibt und den bewegen ne so und jetzt brauchen wir hier auf jeden fall noch ein bisschen mehr Raum drunter ne das ist Frachtraum oder Eisenfrachtraum achso ok das ist auch Frachtraum das ist auch Frachtraum dann müssen wir den Frachtraum dann noch ein bisschen anbauen aber so sieht es gerade schlecht aus so aber wir können mal den kopieren ne und dann den da dran bauen wie begibt denn das 110 dazu das ist natürlich jetzt nicht viel ne äh wir haben keine Kohle sehe ich gerade das ist ganz schlecht äh ich glaube wir müssen mal ganz schnell zusehen dass wir was verkaufen nein nein Karte weg Bau weg Schiffswerft sind wir denn hier richtig so mit dem Ressourcendepot ne 9 war es F9 Ressourcendepot 3,5 das ist nix jetzt müssen wir schnell in ein anderes Schiff kommen hier ist befriedetes Gebiet aber da ist nicht das passende da auch nicht da auch nicht Handelsposten hier gibt es zum Glück Ressourcendepot da müssen wir nochmal in den Discover reinspringen im Sektor wechseln machen wir mal und da müssen wir schnell Ressourcen verkaufen einfach aus dem Grunde weil wir keine Kohle haben wenn da jetzt irgendwelche Mannschaft besoldet werden soll dann haben wir ein Problem so Ressourcendepot ganz schnell suchen und dahin fliegen wo müssen wir hin da irgendwie kriegen wir das noch schnell hin so so bis der dreht ne zwei Jahre später shit Antrieb ist auch nicht so toll ne da können wir aber schon den Strahlschneider dran machen das ist schon mal cool so 4,4 verkaufen wir was 7,471 so jetzt haben wir wieder Geld um Leute zu den ganzen Tag schon ach Vorrat ist jetzt auch irgendwie 14 oder was den hatten die sowieso da oder was ne ja egal ich hätte also auch mehr verkaufen können aber 32 ist jetzt erstmal gut 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 dann nochmal da rein und haben wir schon was im Bauch das war raffinieren raffinieren können genau da äh 1,502 ausbeute ist das nehmen ok da wird titan abgebaut sehr schön du raffinerie ausbeute verstehe ich jetzt nicht so ganz hier raffineriesteuer 1% naja soll erstmal gut sein dann haben wir das erstmal so weit hingekriegt auf dem einen Schiff haben wir die R-Laser runter genommen oder nicht ich weiß es nicht mehr das hat wieder gut geklappt zack einmal in die Drohne und weg und T ne T nicht das war doof Blödsinn F achso Befehle abbauen läuft das sah schon cool aus wie er jetzt hier wegflogen ne so nochmal Map und nochmal da hinspringen Schiffe im Sektor wechseln so der eine baut ab und wir gehen zum anderen gucken da nochmal rein dass wir das noch gerade ziehen äh Karte raus da ist er so jetzt kommen wir weiter äh können ja mal gucken was es da noch gibt oder? haben wir grad was anderes angeklickt aber wir haben ja keine Kohle dafür jetzt pass auf geschützt Kontrolle ne äh hier wollen wir hin gibt zum Glück keine R-Laser hätte ich mich jetzt auch ein bisschen geärgert ne so das ist erstmal gut da ist ein Ressourcendepot oder was ja ok dann hätten wir auch hier entfliehen können so aber jetzt nochmal im Baumodus und nochmal gerade gucken hab ich die alle abgebaut? ich hab die schon alle abgebaut das haben wir eben noch gemacht das ist ja schon mal gut so und dann würde ich sagen auch noch Frachtraum das ist schon das passende mit dem Frachtraum und Kohle haben wir ja auch so da passt's da müssen wir den noch ein bisschen größer machen 220 dazu jetzt haben wir 400er Frachtraum rollen kann er schlecht das bedeutet wir müssen da noch andere Steuereinheiten machen aber warte mal wenn wir schon dabei sind dann kriegt er den jetzt nochmal da drunter so und jetzt müssen wir noch was für das rollen machen so verlangt war das ne oder trick als dämpfer war wahrscheinlich auch zu überlegen haben wir den Entschuldigung Triebwerk Quartiere Rachtraum Triebwerk Hülle müssen wir da nochmal hin der ist es den wir brauchen und rollen ist so oder? wie ist so rollen? das ist die Frage keine Ahnung sieht aber gut aus weil da plus 3,97 steht das ist die Mitte ich glaub schon ne? ich steh nur die Achse einblenden dann wissen wir das aber sieht so gut aus so kann er rollen ok und Baumenü verlassen ich glaub er braucht auch kein Ding ins dann gehen wir mal grad raus ja ich mach schon los ist schon klar und F Befehle und abbauen mach da cool wie hier die Waffe da gerade sich bewegt oder? ok jetzt richtet er aus und dann P ist da dahin also ganz weiß er nicht was er machen soll aber wahrscheinlich ist er mir ausgewichen ne? jetzt ist die Frage ob da noch ein Handelssystem drinne war ne? äh ein Handelsbergbausystem drinne war t t-schiff betreten ja war drinne alles klar t verlassen F F befehle abbauen passt bei dem anderen weiß ich das nicht da müssen wir es auf jeden Fall noch kontrollieren ok er ist von uns weg damit er uns nicht beschädigt sehr cool gemacht und da vorne gibt's Titan oder? ja den baut er auch ganz schnell ab da rechts ist auch noch mehr der sieht richtig cool aus wenn er das macht oder? fliegt mal grad näher ok jetzt dreht er erst woanders hin ok der ist schon weg ja ok läuft erstmal ne? das ist ein Ressourcendepot ja gehen wir mal auf die Karte gucken ja hier oben waren wir auch schon ne? naja kriegen wir schon auf Dauer hin jetzt müssen wir nur zu ihm wieder hin äh ins Schiff weil ich weiß nicht ob das Bergbausystem ist das müssen wir grad noch kontrollieren komm schon komm schon hier ist kein Bergbausystem drinne über Raum ohne Ende aber kein Bergbausystem was gibt's denn im Sektor? ah leider kein Ding ins dann steigen wir wieder aus lassen den hier aber erstmal arbeiten abbauen und oh der ballert aber ganz gut ne? naja lass machen wir müssen dann zu stehen dass wir einen Ausrüstungs-Dock finden dann da ist keins Asteroiden abbauen die Lady macht das noch meiner Asteroiden abbauen und er macht auch Asteroiden abbauen ja und er ist auch am Asteroiden abbauen aber das sieht jetzt grad so aus als ob er nicht abbaut oder? hat den Auftrag gebaut aber nicht ich glaub die Grünen bauen nur ab kann das sein naja aber die Folge ist erstmal schon ganz schön lang geworden da werden wir jetzt erstmal eine Unterbrechung machen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins falls ihr euch falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an und kriegt dann mit welches nächste Video hochlade gerne auch Kommentare schreiben dann kann ich dann noch wieder was machen der Thomas Stehle der macht das ja fleißig recht herzlichen Dank dafür nochmal und ja wir schauen dann weiter wenn ihr das Video auf anderen Kanälen teilt ist es natürlich auch cool weil dann andere auch mitkriegen dass ich hier diese Erweugung Geschichte mache ja und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge so ein bisschen was muss ich noch machen was der Thomas mir vorgeschlagen hat aber da kommen wir auch noch hinter alles klar bis dann ciao